Wie haben Olof in Wien gemacht? Superschön, wir sind mitten in der Nacht aufgestanden. Wir gingen weiter mit dem Flieger dann nach Wien. Ja, am ersten Tag sind wir geflogen. Mein erster Flug war ein bisschen ruckelig. Und dann waren wir ja auch in der Luft, dann war alles schön. Kann man alles von oben sehen. Sehr gut, echt cool. Hat mir gefallen. Ich freue mich auch wieder auf den Rückflug, weil fliegen liebe ich. Von da aus unsere Tour zu unserem Quartier. Die Unterkunft war besser als in Schweden. Die Zimmer, die war auch gut. Dann sind wir abends schön grillen gewesen. In der WG von Gensendorf. War auch schön, die Leute. War nett. Die WG von Gensendorf war auch so, weil die Kaloriken zu lernen und so war auch geil. Wir haben dann die Tiere angeguckt, Pferde. Und dann auch überhaupt das ganze Haus und was die an dem Grundstück dabei hatten. Ich mochte ein Pferd ganz schön gerne, aber das darf ich leider nicht mitnehmen. Ich fand die Lama cool. War alles super. Das war mir Vorsicht. …? wie y y y y y i c Am nächsten Tag waren wir dann in Bienen selber und haben eine ganz tolle Stadtrundfahrt gemacht. Das mit der Walzer Express hat mir ganz gut gefallen, weil die auch so tolle Geschichten erzählt haben. Der Tag in Wien war schön und das Wetter war aber auch gut gewesen. Wiener Stadt ist auch cool und wir baten in Wien. Ja, also mich hat auf der Hintour zu unserem Quartier schon die gesamte Architektur in Wien total begeistert. Es stört beim Dom. Musik Es ist echt eine schöne Stadt. Dann war es auch ganz nett in den Schloss, wo wir waren. Schloss Huf. Musik Musik Ich mochte, dass wir so eine Führung einmal rundherum gemacht haben. Altes Porzellan war auch schön. Dass sie im 17. Jahrhundert tatsächlich schon Porzellan aus Japan hatten. Musik 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 Das Bett habe ich gesehen. Musik 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 gekauft dann waren wir auch noch auf den auf einen berg mit auch sehr schöne aussicht gute landschaft die plattform fand ich auch sehr schön das golfen fand ich mit ihnen schön hat mir spaß gebracht das es 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 Bis zum nächsten Mal. Alle haben gewonnen als Team. Das war auch cool. Jetzt sind wir am Weinberg. Hier? Dann haben die ganze Stadt vor uns liegen. Ja, das ist doch schön hier. Wien ist echt cool. Eine super tolle Tour mit super tollen Leuten. Ja, die Ausflüge sind auch super. Die ganze Tour war gut. Das war richtig cool. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich würde gerne wiederkommen. Wir haben auf jeden Fall viele schöne Sachen erlebt. Sehr viel Spaß gemacht. Ich würde gerne auch mal wiederkommen. Richtig, richtig schön. Ich möchte wieder hin. Nach Wien. Richtig, richtig schön. Und bis hier, ne? Bis zum nächsten Mal.